Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, heute ein kurzes Video. Und zwar melde ich mich deshalb heute Abend, weil GIMP 2.10.20 veröffentlicht worden ist. Und es wurde schon angekündigt, bei 2.10.20 gibt es 2, 3, 4 Neuerungen. Unter anderem einen Lens Blur, einen Fokus Blur und einen Variable Blur. Was auch immer das ist, der Variable Weichzeichner. Da mache ich mal ein gesondertes Video dazu die nächsten Tage. Ja, also ihr seht hier, ich habe hier schon GIMP 2.10.20. Und in der Beschreibung unten des Videos findet ihr ein paar Hinweise. Und natürlich ein Link einmal zu GIMP.org, zu der Seite an sich. Und darunter einen Download Link zu eben GIMP 2.10.20. Und dann natürlich einen Link zu dem Foto. Also es gibt ja jetzt hier kein richtiges Bildbearbeitungsprogramm, sondern ich zeige einmal Filter, Weichzeichnen. Dann haben wir hier diesen Fokus Weichzeichner. Und dann haben wir diesen Lens Blur, diesen also Oberflächen Weichzeichner. Und einen Variablen Weichzeichner. Mit dem Variablen Weichzeichner, da kann ich jetzt noch nichts Genaues dazu sagen. Da muss ich mich ein bisschen schlauer machen, noch wie der funktioniert. Aber hier der Fokus Blur ist also hier ganz einfach. Ihr seht das und schon haben wir hier die Möglichkeit, mit diesem Filter wie eine Art von Spielzeugeffekt zu erzeugen und so weiter und so fort. Da ist natürlich jetzt hier dementsprechend, das Foto ist sehr groß, 3840x2160. Deshalb hat es jetzt ein bisschen gedauert. Also es ist einmal diese Geschichte, den Oberflächenfilter, also diesen Lens Blur, den kann man hier natürlich auch mal zeigen. Ihr seht das hier, Lens Blur. Das heißt, wir können hiermit sozusagen eine Schärfentiefe erzeugen und können dann dementsprechend, ich kann es ja mal zeigen, einfach der Einfachrad halber Ebenenmaske hinzufügen, wegen mir schwarzvoller Deckkraft. Das bedeutet, die untere Ebene ist sichtbar geworden und jetzt einfach mit Vordergrundfarbe weiß und mit einem Pinsel hier kann man dann den Weichzeichner im Hintergrund, zum Beispiel wenn man jetzt das Auto, ja, hier irgendwie eine Schärfentiefe etc. Also ich mache das jetzt nicht genau, sondern ich mache das jetzt hier nur andeutungsweise, damit man den Sinn beispielsweise versteht. Vielleicht kann man auch schön schärfen damit und so weiter. Schauen wir mal. Also Ebenen, dann mache ich hier die Ebenenmaske weg. Ebenenmaske löschen, den lösche ich auch hier, den Kollegen hier, Ebenen löschen. Werde hier einmal duplizieren, damit wir wieder so sind wie am Anfang. Und dann natürlich, was wichtig ist, hier noch die Vignettierung. Da haben wir auch hier die Möglichkeit, die jetzt händisch zu ziehen. Wenn ich jetzt mal hier auf 25 gehe und dann kann ich hier schön, ne, das wunderbar ziehen oder auch nicht, wie auch immer, ja. Da kann man sich dann dementsprechend das eben über diese Möglichkeiten des Ziehens hier so einrichten, wie man es braucht. Das war es in dem Großen und Ganzen schon. Hoppla, Vignettierung wiederholen, mache ich nochmal so, ne. Und das war eigentlich die hauptsächliche Neuigkeit an der Geschichte. Und hoffen wir bald auf GIM 3.0, weil das einfach für HD, Entschuldigung, für HDPI Bildschirme wie mein hier mit 32 Zoll wesentlich besser einzurichten ist, als das 2.10.20 jetzt hier. Aber wir können jetzt hier mit diesen wunderbaren Neuerungen tolle Sachen machen. Und ja, es gibt ja unter Photoshop schon lange sowas. Ja, aber jetzt haben wir das auch und darüber freuen wir uns sehr. Focus Blur, ja, nochmal. Und ja, da ist ziemlich, der Weichzeichen Modus ist ziemlich stark hier, aber man kann das ja nochmal auseinanderziehen. Und hier noch ein bisschen, jetzt kann ich das auch nochmal klein machen, nach wenn man anfängt. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Video machen. Das wird dann immer länger, ja. Und mal auf OK. Dann passt man das Bild wieder ins Fenster ein und ihr seht das auch hier, eine wunderbare Schärfentiefe. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben und ja, ladet euch das runter und die Info ist hoffentlich angekommen. Herzlichen Dank fürs Schauen, für die neuen Menschen, die wir hergefunden haben. Gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanalsymbol. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen und ja, herzlichen Dank nochmal fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.